Es gefällt dir, weil es dich an einen anderen Ort erinnert. Nein, deswegen nicht. Sondern weil es ist, wie es ist. Es muss also nicht sein wie irgendwas anderes. Nein. Erinner ich dich an jemand anderen? Ja, tust du. An jemanden, den du vermisst? An jemanden, der tot ist. Eigentlich vermisse ich nie etwas. Vermissen bedeutet zu hoffen, dass etwas zurückkehrt. Das geschieht aber nie. Findest du, dass nicht etwas unterkühlt? Die Wahrheit hat keine Temperatur.